Mein Vater ist Holländer, meine Mutter stammt aus Mölln im Kreis Herzogtum-Lauenburg. Ich selber bin in Schleswig-Holstein geboren, aufgewachsen und ich lebe hier. Ich kenne die Menschen, ich habe eine sehr starke Zuneigung zu diesem Land. Deshalb glaube ich, spüren die Menschen, dass ich es ernst meine mit meiner Aufgabe. Ich möchte Ministerpräsident dieses Landes werden, weil ich es mir zutraue. Ich habe eine lange politische Erfahrung, ich habe auch inzwischen eine jahrelange Regierungserfahrung. Ich weiß, wie es ist, auch schwierige Entscheidungen treffen zu müssen und für sie gerade zu stehen. Deshalb, glaube ich, bringe ich die Voraussetzungen mit, um eine Führungsaufgabe in diesem Land wahrzunehmen. Es wäre mir ein Herzensanliegen für Schleswig-Holstein, mehr Verantwortung zu übernehmen. Wählen Sie am 6. Mai den Besseren zum Ministerpräsidenten. Jost de Jaga. Ja jetzt der Jaga. Ja jetzt der Jaga. Ja jetzt der Jaga. Ja, ich O. Ja jetzt der Jaga. Ja, ich will. Ja jetzt der Jaga. Ja jetzt der Jaga. Ja. Ja. Ja, ich will.